Das geilste Geschenk zum Herdntag oder überhaupt für Männer? Ach im rot Was ist das, Alter? Die Faust, Junge Also Talos Handschuhe Der Handschuh Infinity Gauntlet Also das geilste Herdntagsgeschenk überhaupt Da fehlt ja schon was Ihr klaut oder noch nicht gefunden? Gerade in Benutzung Ah, achso Ah, halt klar Da fehlen zwei Steine schon, oder? Na hier fehlt, ja zwei natürlich Und was ist mit, was ist denn hier? Der Daumen ist doch da hinten Da muss doch eigentlich noch einer sein Ist aber nicht hier Hier ist halt nicht In der Woche immer aber, achso Ja Und dann kriegt der Woche schon die Nase Ja Du, ich bin nicht verkauft, die Steine Kannst du denn in drei Jahren auch noch machen Trinkst du da überhaupt Blut draus? Ich hab's noch nicht probiert Ich hab's noch nicht probiert So wie das gemacht ist Lässt dich da auch nicht gut draus trinken Ja, weil das so gewölbt ist, ne? Genau, eine gewölbte Kante Da hättest du das besser ein bisschen größer machen sollen Mit der nächsten gerade, ne? Ja So gewölbt ist hier Oh ne, ich glaub das ist so ein Bloop-Effekt Wie dein Schubus irgendwie dann überall Die Idee ist nicht schlecht Ach nicht schlecht Ach nicht schlecht? Ja Aber, also die Umsetzung ist ja Weil wir allerletzte wussten, ja Also wenn da euren Mann ärgern wollt Das ist hier aber richtig hier Hoffentlich sieht man ihn an der Frau nicht Hier das Video Hier haben wir den Korken Hier ist das Loch Und hier kommt's dann raus Also das kann man fest reinstecken Das Loch war da hin Ja Ja, da hättest du Bis demnächst